Ich bin Dr. Damm, Lorenza Damm. Ich bin Zahnärztin in Zürich, führe seit über 20 Jahren meine eigene Praxis. Snow Pearl hat nur wenige Produkte, aber wirklich alles deckend. Für auch Leistungssportler und in diesem Fall jetzt für die Swiss-Triathlon-Athleten sind die Produkte natürlich ideal während dem Training für die Neutralisation der Säuren, für die Remineralisierung des Schmelzes und die Befeuchtung der trockenen Mundschleimhäuten und natürlich kombiniert mit dieser Langzeitfreisetzung von Florid, die durch die Zahnpasta gewährleistet wird für die Abendpflege. Ich war offen für die Produkte von Snow Pearl. Ich musste leider die Erfahrung machen im 2018 an der WM in Australien. Nach einer langen Reise bin ich eine Woche im Bett gelegen aufgrund einer Zahnfleischentzündung und dort habe ich gesehen, wie wichtig Mundhygiene ist für einen gesunden Sportler und darum benutze ich jetzt auch diese Produkte, unter anderem den Schaum zwischen den Trainings, weil wir Sportler einfach viel von diesen Zwischenmahlzeiten haben und das bin ich mir einfach bewusst geworden, wie oft ich etwas konsumiere, auch während dem Training, Zucker, das nachweislich schlecht für die Zahn ist und mich dann nicht darum kümmern. Snow Pearl bietet zwei verschiedene Bürsten. Eine Schallzahnbürste mit sehr grosser Leistung und Power natürlich durch auch hydroaktive Funktion und die grosse Schwingungen und auch manuelle Zahnbürsten. Um die perfekte Zahnpflege auch auf Reise oder auf Unterwegs zu ermöglichen, habe ich auch noch Travel Kids konzipiert, die alles enthalten, was die perfekte Zahnpflege auch unterwegs bieten kann. Ich kann wirklich sagen, es ist gerade für uns Spitzensportler etwas extrem Gutes und etwas, was ich bis jetzt gar nicht so daran gedacht habe, dass die Mundhygiene so tagtäglich wirklich beansprucht wird und wir da so viel noch herausholen können. Und darum verwende ich auch das Travel Kit eigentlich tagtäglich. Ich habe es in den Taschen des Trainings mit dabei oder nehme es auch mit ins Trainingslager und es ist einfach extrem praktisch. Es beinhaltet eine Zahnpaste, ein Zahnbürstchen, eine Zahnseide plus noch kleine Zahnbürstchen. wo man einfach gerade die ganze Mundhygiene abdeckt hat und so auch das Isotonische oder Getränke oder die siessen Riegel entgegenwirken kann. Ich habe einen Unterschied festgestellt, seitdem ich die Produkte brauche. Und zwar, mein Zahnfleisch hat früher öfters blutet, halt nach dem Zahnputzen oder mit dem Zahnsiedeln. Und seitdem ich die Produkte brauche, ist es viel besser geworden, also eigentlich fast gar nicht mehr. Und eben, es hat Zahnfleisch sozusagen gestärkt und das ist sehr gut. Ich bin natürlich ausserordentlich glücklich über diese Zusammenarbeit mit Swiss Triathlon, weil ich denke, dass es sehr schön ist, dass eine Nationalmannschaft wie Swiss Triathlon als erste Mannschaft in der Schweiz eine klare Mitteilung geben will, betreffend die Gesundheit der eigenen Athleten und auch von allen Sportlern, die diese Aktivität praktizieren.